Alter Mann mit Bart verfolgt mich! Schnell drück die Glocke! Wer geht ihr, Mann? Schläge? Du kannst mal Louis da oben schlagen Den hier? Ja Das Slimer, also kennst du Slimer? Doch du kennst Slimer Na klar kenn ich Slimer Aber kennst du auch David, der Kabouter? Hallo Ja, kenn ich, aber hab ich früher nie geguckt Ne, da hat man noch mal weggeschaut David, der Kabouter war auch super traurig Wie alle Kinder Serien Du siehst ja total im Bild aus Ja stimmt, sieht man alles schrecklich Hallo, Louis ist übrigens gerade da und hat äh, das ist ein Avatar gesehen Was? Was willst du tun? Der lag unten am Steeg Ich bin ein echter Englager Ich bin ein echter Englager Da kam... Aber... Ist das während eurer Party passiert da unten? Ja... Irgendwie schon Weiter oben und gekillt anscheinend Ich weiß... Der eine böse Rolle hat Also eine neutrale hat er mir gesagt Ja, kannst du aber... Du bist auch nicht die war auch noch bei uns Das wortet Kippie jetzt so einfach so alleine Ich skip hier Ich skip hier Ich skip hier auch Ja, also es gibt auch Klingt ein logisch Okay, es geht nicht Okay, Dalu gevotet Okay Dalu gevotet Dann vote ich auch mal Dalu Oh, klar Jetzt gibt's aufs die Fresse Ich hab auf Maxi Ich hab auf Maxi Ich hab auf Maxi Nee, gar nicht Das ist ne gute Idee Das ist ne gute Idee Mein Avatar ist bei Lui Hass bei Selbstschutz Bitch Ja Was? Dodo Du bist relativ oft böse Dalu gehst du jetzt... Dalu gehst du jetzt... Nein, ich bin jetzt wieder fein So lange bis ich wieder böse bin Nee, ich muss dir jeden Eimer anschlagen Oh Ja Ich hab dir kurz auf die Schulter Ich hab dir auf die Schulter Nein, nein, jetzt mal Ich komm mit TikTok, da hast du Angst, ne? Rentner Karl, komm noch ran auf den Was? Nicht töten, ich brauch noch voll viele Hör auf Was? Ich gönn's dir, komm Hier ist auch keiner zum anschlagen Ja, ich muss warten bis sie kommen Sonst schlage ich zu Oh, hallo Franzi Ja Kann's weiter gehen Hallo Dalu Müssen sie dringend reparieren diese Wasserpumpe Bevor hier auch die Stadt zu schlagen kommt Ja, 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 wir müssen reparieren Lasst euch Zeit Es ist ziemlich kalt in der Stadt Maxi, woher läufst du hin? Maxi, Dalu ist Taube, töt ihn aber Kann ich niemand, kann ich niemand Ah, ah, es sind so viele Hab dich schon Was? Na, Divi Hallo Otto Hallo Hi 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 Ich hab mich angehusten Oh Nein, gib das doch weg Help Ich hab noch kommen SCHONT vyzer Mann mit Bart, verfolg mich Schnell, drück die Glocke, wer geht ihr, Matsch? Hab dich. Hab dich. Also, was machst du so? Hier ist ein Guter! Nein! Nein! Ich hab dich schön unterhalten. Verdammt! Oh mein Gott! Nächste Runde dann. Könnt ihr die Bösen bitte da nur umbringen? Nein! Nächste Runde. Okay, nächste Runde. Mann, es hatte nur Andi gefehlt. So, Nefi, jetzt mach keinen Schall. Eieieiei. Nächste Runde niest du mich nicht nach oben. Doch locker, drei, sechs. Es sind ja nur neun. Ich versteck mich vor dir. Nächste Runde. Es hat einer, wir sollten einen Holler rauswunden, die kann wenden. Dann ist das unfair. Hä, nicht. Wie willst du dich sonst verstecken? Halt, stopp! Von den drei Leuten, die vorhin unten links sabotiert haben, ist nur noch Holler übrig. Okay, ihr passt. Nein, nein, nein. Dann machen wir Holler weg. Ich bin aber doch nicht böse. Also ich glaube, Nefi hat einfach nur... Ich hab nur gesagt, dass von den drei Leuten, die da sabotiert haben, du übrig bist. Was für sabotiert. Nefi lief eben nach rechts zum Dings und wollte jetzt wahrscheinlich draufklongeln. Ich hab gerade repariert. Nefi hatte eben gesagt, ähm, oh mein Gott, Holler hat gerade eben jemanden getötet. Nefi, wenn du gesilenced bist und das stimmt, klick auf Skip. Achso, Nefi ist gesilenced. Ohhhh. Ne, ich... Nein, ihr Schweine. Welches Schwein? Ihr seid doch die Bösen. Nein, ich bin fein, das steht ja selbst im Namen. Ne, ne, böse Katze. Also... Nefi, nefi, nefi... Nefi, nefi, nefi... Das ist mir eigentlich recht, wenn einer rausfliegt. Ja, du fliegst raus. Ne, ne, ich nicht. Du bist wahrscheinlicher als ich. Hallo? Ja, aber wieso fliegst du halt? Ja, wieso fliegst du halt? Ha! Ey, wie denn? Holler, flieg doch! Ist doch größer. Ne. Nefi, nefi. Nein. Das habt ihr davon. Das habt ihr davon. Das habt ihr halt so davon. Die Runde war so geil. Oh mein Gott. Oh nein. Pass auf. Andi, Mino und ich stehen unten. Ich bin Mimik. Ich frag welche... Was ihre Lieblingsfarbe ist. Alle so rot. Okay, alles klar. Da haben wir schon mal die Imposter. Dann killen die neben mir. Dann kommt Divi, futtert die Leiche. Gibi. Ich war das. Der bei dir war. Alles klar. Ich hab's getötet. Das war ganz klar. Das war die erste Runde. Ja, Gibi hat getötet. Das war ne gute Runde. Hallo. Wie, wie? Oh meia. Ich fühl mich hier nicht wohl in der Franzi. Wenn ich gleich wieder tot bin, bitte VOTED instant Franzi raus. Egal was, nee. Wenn ich tot bin, Franzi direkt. Lechte immer nicht tot bin. Mach mal. Okay. Ja, einmal Franzi auf. Jaja. Warum? Du hast du davon. Wo hast du davon? Und du hast davon? Ne? Ich fühl das aber dadurch. Ich fühl das, ich fühl das. Hallo? So, tschüss. Ich sag das auch allen anderen, Franzi. Ach, hallo Maxi. Wenn ich tot bin, wollen wir alle Franzi rausvoten. Ach so. Ja. Divi, wenn ich tot bin, voten wir alle Franzi raus. Das haben wir schon so abgemacht. Okay. Kannst du jetzt Feuer legen? Wirklich? Warum kommt hier Alarm? Warum kommt von hier Alarm? Hallo? Hallo? Ah, ich hab ihn gesehen, warte! Schmeckt's? 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 Gippi, Gippi, schmeckt's? Gippi! Gippi, was isst du? Kann doch keiner von uns. Gippi. Töt mich mal, Julie. Was? Töt mich mal. Er isst! Nee, kann nicht. Franzi, es beschützt mich. Die Franzi kann mich nicht töten. Warum kann Franzi dich nicht töten? Du musst den Beschützer enttütteln. Äh, weil sie mich nicht töten kann. Lass uns mal hier alle draufschauen. Guck mal ein paar Tasks machen. Geh mal runter, Franzi, dann können die ziehen hier. Hallo? Hallo? Was war das denn? Ich würde sagen, wir wurden ja einfach Franzi. Moment, wir können Franzi nicht mehr. Franzi ist tot. Aber Dalu, jetzt erklär mal, was ist gerade passiert? Ich hab versucht, allen zu erzählen, dass Gippi Leichen isst. Und dann hat Gippi ne Leiche gegessen. Ja, aber Gippi hat Franzi erstochen. Nein, Julie hat Franzi erstochen. Ah ne, genau. Julie hat Franzi erstochen, Gippi hat gegessen, du hast Gippi abgestochen. Nee, das war Items. Oh. Items. Das warst du, oder? Aber Items stand doch ganz woanders. Oh, Julie deckt Items. Siehst du, Nefi? Beweisung abgeschlossen. Ich bin dafür, dass wir hier Maxi voten. Übrigens... Warum hat Items... Julie? Nein, Julie hör auf, mir dazwischen zu funken. Also, ich finde, Dalu lügt. Okay, Knechti, warum soll da Maxi voten? Nee, nee, ich finde schon, wir sollten hier die Beschuldigten voten. Nein, Knechti, warum sollten wir Maxi voten? Ich hab bloß irgendwas in den Raum gespürt. Also, können wir mal kurz darüber reden, dass hier manche Leute in der Gruppe killen? Julie, was hast du gevotet? Wer weiß? Okay. Also, wir haben jetzt wen getrieben. Warum? Guck mal, wie kann der offensichtliche Killer nicht vote? Julie, du warst der Kettin. Ja eben, wieso werd ich dafür gevotet, dass Julie been killed? Weil du weitergegangen bist, ohne was zu sagen. Weil ich Julie hinterherlaufen wollte. Nach nem Killer. Ich kann nur aber Julie items unter. Aber dann wird Julie mich doch nicht voten, Holla. Hä, doch klar, das ist Julie. Vielleicht schon. Ja, vielleicht schon, ja. Special Aging Tools. Ich hab Julie gevotet. Ja, ich bin raus. Danke, Dalu. Oh mein Gott. Schade. Aber knapp. Können wir Julie bitte voten? Nein, ein Glück. Nein. Warum krieg ich eigentlich Adisys von Mördern? Ey. Sieht schlecht aus. Warum darf ich eigentlich das hier nicht machen? Gibt's dafür einen Grund? Julie, was soll das? Hallo? Wir brauchen Items jetzt. Items, wir brauchen dich jetzt. Konnte es. Items, du musst jetzt ins Team. Das ist der Erste da. Der da. Nee, geh weg. Der da ist denn. Geh weg. Was heißt geh weg, hä? Julie hat gegrillt und du willst mich rausschmeißen. Ich bin jetzt wimmig. Bist du Falke? Nee, 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 nee. Ich bin jetzt wimmig. Ich bin jetzt wimmig. Ich bin jetzt wimmig. Schubidu ab. Waaah. Du hast das Feuer gelegt. Hier hat wieder einer sabotiert. Es hat einer sabotiert. Oh, Knecht, die hat selber das Feuer gelegt? Interessant. Hier hat wer sabotiert. Also nicht hier, sondern unten links. Was denn? Du hast gesagt, ich sollte herkommen. Ja, ja, ja. Wir brauchen dich. Wir müssen... Ich bin die mechanische Goose. Nee, du hast vorhin die Technik-Goose geklingelt. Nee, die meine ich. Die mechanische gibt es ja gar nicht. Aber... Oh, da ist... Uah! Hallo, du Werder! Uah! Was passiert hier? Wer hat vorhin... Warum ist jetzt Maxi tot? Ich glaube auch frisch, oder? Maxi und Dalu waren bei einer Person, dann fiel die tot um. Ich hab... Also es waren zwei Maxis bei einer Person und Maxi 1 killt Maxi 2. Das glaube ich nicht. Maxi lief noch weg. Oh! Ey, ich werde hier hops genommen. Ach so, deswegen... Moment, du nimmst... Oh, Julie. Das ist aber ein Fehler. Julie, ich bin Mimic. Das hast du aber anscheinend rausgefunden, oder? Da nur auf ein falsches Spiel zu spielen. Julie, du kannst... Also Julie, wenn du böse bist, kannst du dich nicht mehr als Mimic ausgeben. Ich hab mich nicht mehr als Mimic ausgegeben. Moment, Moment. Du bist als Mimic? Ich bin der Mimic, ja. Keiner von euch ist Mimic. Natürlich. Ja, ich... Ach, Julie zum Beispiel könnte sagen, dass wir vier rote Namen haben. Julie, sag mal, wie viele rote Namen hast du? Naja, das stimmt schon, aber... Ihr seid keine Mimic. Also... Ich bin offen und ehrlich, ich sehe noch drei rote Namen. Divi, ich muss was wissen. Ihr standet doch alle um den toten Nephi. Was war da passiert? Äh, ich wollte meine Klasse ausprobieren und ihn untersuchen. Deswegen hab ich gesagt, bitte nicht reporten. Du kannst ihn killen. Nee, nee. Aber du kannst killen, ja. Moment, Moment, Moment. Oben gestorben ist Maxi und Items. Wo liegt Nephi? Nefi hat ihn wieder reporten. Ich hab ihn untersucht und er ist Mimic. Oben war da Mimic. Ja, weil Nisi war nämlich mein Kollege. Nee. Guck mal, die können doch nicht beide auf mich schießen. Nee, Fias, Mimic. Aber guck mal, Divi, wenn das stimmt, warum schießen dann alle anderen auf mich? Um von dir abzulenken. Die lenken alle auf mich drauf. Ich glaub nicht, dass hier wer ablenkt. Vielleicht bist du falsch. Ich glaub, Divi lügt. Ja, ich glaub auch, dass Divi lügt. Doch. Aber ich geh trotzdem auf Julie, glaub ich. Ja, ich geh auf Knechti. Nein, ich bin sich... Ich hab gesehen, wie ihr alle abschlachtet. Guter Wort, Andi. Guter Wort. Ja. Ach so. What? What? Okay. Okay. Oh, 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 oh. Ich fre... Knechti. Du musst ja böse sein. Warum gehen alle Imposter auf mich? Ich hab dich auch gewartet. Aber warum gehen die Imposter auf mich? Ich glaub, wir sind alle schon wieder einfach viel zu verplanen. Mach hier einfach mal kurz erstmal Feuer wieder aus, Knechti, bitte. Okay. Okay. Mach ich. Es dauert, ne? Ey, es dauert ganz schön lange. Knechti, hä? Hä? Knechti? Und Knechti hat er auch verdient. Team! Dalu war der Verräter. Oh nein. Wie? Julie, ich bin nicht der Verräter! Nein! Aber warum hast du mich denn geblamed? Julie, du kennst drei Leute neben mir, wenn ich mit irgendwem rede! Ich hab einen gekillt! Du hast unten gekillt, den Ghibli gegessen hab, da stand ich neben. Genau. Und oben hast du Items gekillt, mit denen ich grad einen Plan gemacht hab. Oder nicht eitens? Dann kam ich auf die Ecke, ja. Nein, ich hab nicht Items. Ne, Maxi ist da gestorben, neben mir. Maxi? Ne, das warst aber du, Dalu. Dann war das Items. Die Range, auf die du gekillt hast, Dalu, war insane bei mir. Du hast ja nie bei dir. Ich hab einmal Franzi gekillt, sonst nie. Aber da stand ich neben. Was denn? Ja, ja, ich weiß. Ja, mich hat Maxi getötet. Background – G откетьviewe ganz schön,야. Da gibt mir ganz schön, das talkin' … Das geht unm Hak baixo. Ja, ich muss mit! Beschadanahmen. Ja, ich denke, du hast gesagt, dass ich gar nicht besch fundamentide ihn.